Nach acht gemeinsamen Jahren gehen Schlagersängerin Christine Stark und eine jahrelange Wegbegleiterin plötzlich getrennte Wege. Gab es Streit? Christine Stark, 34, ist erfolgreiche Sängerin, Moderatorin und seit zwei Jahren auch Mutter. Ihre kleine Tochter Zoe, 2, aus ihrer Beziehung zu Sängerkollegen Matthias Reim, 66, kommt nun in die Kita. Jetzt machte sich plötzlich Drama in ihrer heilen Welt breit. Wie auch vor kurzem Kollegin Helene Fischer, 39, wurde die Lass-mich-gehen-Interpretin einfach von einer langjährigen Wegbegleiterin sitzen gelassen. Ihre Fan-Club-Leiterin Bocci Schmiss nach acht Jahren das Handtuch, wie Schlager.de berichtete. In einem emotionalen Post verabschiedete sich der Superfan von ihrer Facebook-Gemeinde, Ich habe die ganzen Jahre, viel geweint, gelacht und gefeiert. Es gab schöne und nicht so schöne Momente und doch habe ich euch immer nur die guten gezeigt. Gab es etwa Streit zwischen der Künstlerin und ihrem Nummer-eins-Fan? Trotz den nicht so schönen Momenten habe ich immer mein Bestes für euch und Christine gegeben und den Fan-Club mit sehr viel Herz gemacht. Auch für mich war es nicht einfach, nach acht Jahren diesen Schritt zu machen. In dem symbolischen Video unter dem Post von Bocci ist eine vermummte Person zu erkennen, die sämtliche Christine Stark-Fanartikel von der Wand entfernt und aus Glaskästen räumt, es wirkt wie eine schmerzhafte Trennung. Erst im Februar diesen Jahres feierte die Fan-Club-Leiterin das achtjährige Jubiläum. Ihre Gruppe hat zum jetzigen Zeitpunkt sogar 5.681 Unterstützer. Für die Follower ist ihre Entscheidung ebenso eine bedauerliche Überraschung, hmm.schon schade, schreibt eine Userin. Bocci hat sogar ein riesiges Tattoo von Christine Stark auf dem Oberarm, wie sie stolz auf Social Media präsentierte. Mit der Künstlerin machte sie in der Vergangenheit sogar zusammen Livestreams. 2016 sah sie die Blondine zum zweiten Mal live, seitdem war die Fan-Club-Leiterin eine ihrer größten Unterstützerinnen, doch das ist nun aus und vorbei. Starks Manager äußerte sich dazu bisher nicht. Auf Anfrage von Schlager.de schrieb Bocci zum Plötzlichen aus, auch wenn ich sicherlich viel zu erzählen hätte, werde ich keine Interviews geben und weiter. Es gibt bestimmt auch Künstler, die es schätzen und welchen nicht.